ich kenne das nicht ich bin ganz vorne muss man wieder einfach laufen oder was ja oh nein oh nein ich bin runtergefallen auch dann verbließt man raus ja das hätte ich mir sagen dass man raus nicht mehr aufgepasst der hälschschwung hatte den hälschschwung gesinnt der hälschschwung ich war auch noch die meine freunde was geht ab im stream haben wir das letzte mal fallgeist gespielt und die highlight habe ich euch hier zusammengestritten sehr sehr lustige sachen also fallgeist wirklich sehr sehr geiles spiel wenn man mit drei kollegen spielt vor allem wenn man gegeneinander spielt und extra auf leute rauf geht damit sie einfach kein spiel spaß haben also ich wünsche euch viel spaß mit diesem video lasst ein like da lasst ein abonnement da und ja es ist wirklich geil geworden das war der one ich halte der dach oh mein Gott dinge jetzt darfst du einfach was ist für die beide runterfallen was ist für die beide runterfallen was ist für die beide runterfallen oh mein Gott oh mein Gott oh mein Gott ich weiß es oh mein Gott du dann darfst du darfst D然后 on drugs hier了 Digga Mma If you o wa Spiel ist gleich automatisch zuende Digga es gibt keine stufe mehr ja Violin da ist er doch fast verkackt wenig ja ich sehe nichts wird gefickt digga sie war das der digga da ist einfach eine wand hinter gewesen da war einfach eine wand was das für ein scheiß digga das ist ja richtig ich dachte ich chill auch ein bisschen digga auf einmal ist da eine wand haben scheiß bauen wir müssen außen direkt du rennt so ein spiel digga was ein dummes spiel das ist digga ich hasse dieses spiel er sieht mich ich hole den win ich hole den win chat ich hole sowas von den win nicht mehr ja es nachvollen guys win wauw 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 Diese Geräusche kommen da raus. Warte mal, warte mal. Wollt ihr mich verarschen? Was für Null qualifiziert? Asozial. 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 Kann doch nicht sein, dass ich hier einfach... Das ist mit Ruck. Der macht so aggressiv. Das ist so bodenlos, Digga. Es macht so aggressiv. Irgendwelche verfickten Nashörner, die mich über die ganze Map schleudern. Ey, das Nashorn. Das Nashorn. Wegen dir bin ich vielleicht... Schaffe ich es noch? Das Nashorn! Das Nashorn! Oh mein Gott. Was war das? Wiss, du machst das. Du machst das, Wiss. Du machst das. Ich mach es. Ah! Ah! Ich mach es. Ich mach es nicht. Du machst es. Du machst es. Du machst es. Ich mach es. Nein, warte, 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 warte. Nein, warte, warte. Du machst es. Du Schwanz. Leg den E-Nin mit Wissin-U an, haben wir uns bestanden. Woppa. Ey, wie wirst du dich grubig verkackt? Woppa. 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 10 Sekunden. Bitte. Du schaffst es, Effe. Nein, ich habe es. Woppa. Du schaffst es. Ich habe keinen. Was soll ich schaffen, Digga? Ich bin dein bester Vollgaspieler auf der Welt. Junge, ich schwöre. Ich gönne keinen, der bei diesem Spiel weiterkommt. Oh. John Fishing ist einzig, einzig John Fishing. Nein, ich mache nicht wirklich, Digga. Was ist der? Komm her, du Schwanz. Oh, er hat mich. Nein. Ich bin noch da. Oh mein Gott. Ich bin noch da. Nicht springen, nicht. Nein, John Fishing. Er hat gewonnen. Ey, das kann ich nicht hören. Das ist ein Zeichen. Oh nein. Das ist ein Zeichen, dass jetzt alles bergab läuft. Wie kann man so abpacken? Er hat schon ab der ersten Runde uns festgehalten. Oder einfach festgehalten und wollte die runterschauen. Ich bin fast schon gestorben. Hey, Junge. Digga, was wärst du mit mir? Oh mein Gott, du hast durch. Ich bin fast weggeflogen. Nein. Komm weg. Junge, du Hund, Digga. Du Hund. Ich bin auch nicht geflogen. Komm mal rum. Du bist wie geholt. Ich bin auch weggeflogen. Digga. Ich krieg nur noch Angst vor meiner Freundin wegen dir, Junge. Oh, Mist. Ich mach ihn weg. Effa, ich mach ihn weg. Jetzt einzeln, bitte. Komm. Hast du. Nein. Nein. Schon wieder Zeit, Mann. Oh nein. Warum kam der? Er kam vom Himmel geflogen, oder genau. Ich hatte so viele Felder, Digga. Ja, eine Etage über dir. Ah ja. Geht schon eigentlich, oder nicht? Ey, der Ball hat mich in der Luft gerettet. Hat jemand das gesehen? Oh mein Gott. Wir sind raus. Ich bin gegen den Ball geflogen in der Luft. Hallo. Ey, die Roten haben ein Punkt. Oh mein Gott. James war nicht Gold. Ja, die Roten sind ja nicht tot. Ey, Alter. Guck mal, dass es kommt. Ey. Ich war Roten oben links. Der oben in der Mitte ist richtig tot. Ja, Digga. Wir haben 30, Junge. Junge, wir sind im Auseinander, dieses Spiel, Digga. Junge, guck mal Rot an, Junge. Wir haben die vergewaltigt, oder so. Die sind alle bei uns, Digga. Junge, gib mal meine Eier wieder. Junge, wir sind die Sorgen aufessen. Hang, hang, hang. Ich glaube, bei Roten Gold. Digga, meine Halschläge an der Platte gleich. Ich kriege gleich in den Luft mehr, Alter. Das ist ein kleines Eier, das ist ein kleines Eier. Ich habe das. Ich habe das. Ich habe das, wie sie bei uns im Korken. Der hat aber Rot vergewaltigt, Digga. Die können da nicht. Ich habe das Gold. Nein, ich schwöre. Auffassen, dass wir es noch kaufen konnten, aber. Scheiß drauf, wer von uns die Bälle klappt, ey. Das ist aber bei Rot verteidigt. Ich schwöre das Rot verteidigt. Wo den Ball? Holt den Goldenen, bitte. Ja, Digga. Ey, das Rot, Digga. Der Rot hat einen anderen Abo auch mit drauf. Ja, ist halt kein Zeichen. Ja, ist halt kein Zeichen. Ja, schau. Der ist gerade ein Zeichen. Was ist los? Wer ist gerade ein Zeichen? Er hängt oder was? Er hängt oder was? Er hängt oder was? Chill, chill, chill. Macht gar nichts. Wir haben schon gewonnen. Wir haben schon gewonnen. Wir haben schon gewonnen. Doch, doch. Er hat gewonnen. Aber tötet euch nicht selber, Digga. Doch, doch, doch. Bin das? Nein. Chillt trotzdem. Am Ende. Fisch dich, Digga. Chillt, einfach chillt. Ja, sein Ball ist weg. Ja, weg mit mir. Nein, nein. Nein, nein. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Digga. Ich tue nichts an, Digga. Wir haben gewonnen. Wir haben gewonnen. Endlich, diesen Mist gewünscht. Digga, war falsch auf die 2. Ja, ja. Nimm ihn, nimm ihn, nimm ihn, nimm ihn, nimm ihn. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Nein, 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 nein. Ey, hätte er nicht festgehalten, ne? Das wäre so ekehaft. Oh mein Gott. 1 gegen 1. 1 gegen 1. Komm, du holst es. Nimm ihn weg, nimm ihn weg. Mach weg. Nein. Oh nein. Oh nein, Digga. Oh Junge, wie groß war das denn? Oh. Er ist halt auch runtergefallen, Alter. Ich hasse den, Digga. Ich hasse den. Sorry. Sorry. Ich bin mir auch sicher, er sieht denn echt genauso aus. Seh ich? Ich glaub auch, ne.